Bei ernsten Beschwerden schaffen Operationen häufig Abhilfe. Um den Eingriff möglichst erträglich zu machen, werden Narkosemittel verwendet. Nach der Operation leiden Frauen jedoch dreimal häufiger an Übelkeit und viermal häufiger an Erbrechen als Männer. Der Grund? Der weibliche Körper braucht länger, das Narkosemittel zu verarbeiten und abzubauen. Dadurch bekommen Frauen oft eine Überdosierung verabreicht. Ein geschlechtssensibler Blick auf Dosierungen ist notwendig, denn das Geschlecht eines Menschen darf nicht zum Gesundheitsrisiko werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017